Runert vs. Knebel, Tim Hochland wird neuer U17 Coach und William Schwenz die Nachbesprechung. Außerdem Uth ohne Gehaltskürzung für die zweite Liga und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke Update. Es ist wieder mal einiges los auf Schalke und wir fangen auch direkt an. Denn angeblich ist Oliver Runert jetzt, naja hier steht jetzt, ist der Favorit auf die Schneider-Nachfolge, das halte ich für sehr sehr weit hergeholt. Aber angeblich will Schalke 04 Oliver Runert verpflichten und Oliver Runert ist angeblich auch nicht abgeneigt diesen Job zu übernehmen. Wo haben wir das her? OneFootball hat in diesem Falle abgeschrieben von der Sportbild. Und ja, dementsprechend, ja, da könnte auf jeden Fall was dran sein. Also der Schalke ihn will, das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Ob Oliver Runert allerdings will, das darf bezweifelt werden, denn der hat seinen Vertrag erst vor ein, zwei Monaten verlängert. Und ja, ist eigentlich sehr gut bei Union. Außerdem läuft es ja auch bei Union Berlin eigentlich ganz gut. Das ist wirklich die Frage, ob er will. Oliver Runert ist in der Vergangenheit schon auf Schalke tätig gewesen, ist also wirklich einer mit Stahlgeruch, einer der richtig was kann und sich zu 100% mit Sicherheit auch mit Schalke identifizieren würde. Also das wäre tatsächlich auch ein Kandidat, wo ich sage, Oliver Runert, ja, Topmann, der kann auf jeden Fall was bewegen auf Schalke. Kommen wir zu Tim Hochland. Und zwar Tim Hochland wird jetzt Co-Trainer der U17-Mannschaft. Und ja, Tim Hochland hat hier zuletzt hospitiert auf Schalke, ist vorher noch Spieler gewesen in Australien, ist mittlerweile ja sehr weit rumgekommen. Ja, und Tim Hochland, ich freue mich sehr, dass er jetzt wieder zurückkommt. Ja, ist ja wirklich ein Eigengewächs aus unserer Knappenschmiede und wird jetzt wieder ausgebildet in unserer Knappenschmiede. Und zwar als Trainer. Er übernimmt quasi direkt die Position. Ich denke, das ist aber auch vollkommen legitim für einen Ex-Profi direkt auch Co-Trainer zu werden, zumal man ihn sicher angeschaut hat. Und ja, das ist natürlich jetzt in gewisser Form natürlich auch erst nochmal wieder eine Ausbildung für ihn. Aber naja, mit so vielen Jahren Profi-Erfahrung, den Kids, sage ich jetzt einfach mal, den jungen 16-, 17-Jährigen, glaube ich, kann so ein Tim Hochland einiges wohl beibringen. Also wirklich das eine positive Nachricht über Schalke. Kommen wir zu zwei, ja, eher negativen. Und zwar zum einen sprechen wir über William. William hat wohl die Nachbesprechung nach unserem letzten Spiel einfach sausen lassen. Ist einfach nicht erschienen. Und dafür wohl auch schon bestraft worden vom Verein. Was genau die Bestrafung jetzt war. Ich denke mal, es wird eine Geldstrafe gewesen sein. Ja, wird aber nicht ersichtlich. Genau. Ist wirklich die Frage, ob man in solchen Fällen tatsächlich jetzt noch mit der Brechstange vorgehen sollte. Die Spieler haben es angeblich auch schon komplett mit Resignation aufgenommen. Haben auch gesagt, okay, ja, dann fehlt er. Ja, man merkt, glaube ich, auf Schalke, dass auch die Spieler absolut aufgegeben haben. Auch wenn sie was anderes erzählen. Ja, wie gesagt, das eine ist, was man sagt, das andere ist, was man tut. Und wer Woche für Woche so schlechten Fußball spielt, naja, der kann nicht ernsthaft, ja, noch die Chance haben, nicht abzusteigen. Und insofern, ja, so richtig weiß ich auch nicht, was ich in der Falle jetzt tatsächlich gemacht hätte. Es wird natürlich Sinn machen, William jetzt auch komplett rauszunehmen. Allerdings, ja, wie gesagt, ich glaube, bei der Mannschaft ist Hopfen und Malz verloren. Und so ähnlich wird es man jetzt auch auf Schalke sehen. Ansonsten, ja, hätte es mit Sicherheit noch die eine oder andere Konsequenz mehr gegeben. Vielleicht wird William ja auch in den nächsten Spielen schlicht und einfach nicht spielen. Das werden wir sehen, dass Dimitrios Gramozis so reagiert. Und das wäre für mich auch eine, ja, angemessene Bestrafung für William. Und, ja, Gehaltsschock bei Uth. Was bedeutet das? Uth ist für die zweite Liga, hat er nach wie vor den gleichen Vertrag wie für die erste Liga. Bedeutet, er bekommt nicht weniger Geld, er hat keine Gehaltskürzung vereinbart. Bei Matja Nastasic zum Beispiel ist es wohl so, dass Matja Nastasic geringere Bezüge bekommt. Er bekommt dann noch ein Gehalt von 3,5 Millionen, was immer noch sauviel ist. Also gerade für die zweite Liga. Ralf Fehrmann bekommt wohl noch 2,5 Millionen. So zumindest in dem Artikel jetzt auch auf sport.de. Und die wiederum haben wir übrigens auch abgeschrieben von der Sportbild. Und, ja, ich denke, da die Bild-Zeitung, Sportbild, Bild ist nicht unbedingt das gleiche, aber alles unter einem Dach. Sehr, sehr gut informiert ist, denke ich mal, wenn die Zahlen auch stimmen. Bei Uth sind es wohl mehr als 4 Millionen noch, die er kriegen soll in der zweiten Liga. Heißt wiederum, Uth müsste verkauft werden. Und, naja, da sowas jetzt natürlich auch wieder offen gelegt wurde, ja, irgendeiner hat es jetzt mal wieder erzählt, hat mal wieder Vertragsinhalte rausgegeben, weiß jetzt jeder Verein, Schalke 04 hat einen Spieler, der viel zu teuer ist, ja, und sollte es noch eine Ablöse-Summe für Uth geben, wovon ja eigentlich auszugehen werden. Eigentlich ist Marc Uth ein guter Spieler. Wir haben sie immer bei Göln, bei Hoffenheim gesehen. Ja, wird uns mit Sicherheit nochmal die Ablöse so sehr deutlich gedrückt werden, denn jeder weiß, dass Schalke nicht mit ihm in die zweite Liga gehen kann, aufgrund finanzieller Voraussetzungen. Jo, also, ja, viel los auf jeden Fall wieder auf Schalke. Nicht nur Negatives haben wir heute besprochen, sondern auch den, ja, vielleicht haben wir ja noch eine Chance bei Oliver Runard, würde mich auf jeden Fall freuen. Ist mit Sicherheit nicht die Lösung Ralf Rangnick, aber Oliver Runard traue ich das durchaus zu, einen wirklich, wirklich guten Job auf Schalke zu machen. Und da ist mit Sicherheit auch eine, der wäre mit Sicherheit auch eine Lösung, die bei den meisten Fans sehr, sehr gut ankommen würde. Muss man schon ganz klar so sagen. Also, ja, Knebel hat natürlich auch immer noch eine Chance. Bei Knebel ist einfach der große Vorteil, dass er, ja, schlicht und einfach noch einer ist, der es machen will, ja, der spontan übernehmen könnte, der in der Vergangenheit schon auf Schalke gewirkt hat und der es schlicht und einfach auch will. Weil, wir sehen es jetzt, Rufen Schröder hat auch abgesagt von Mainz 05. Zuvor war es Kröschel, der abgesagt hat. Es ist einfach so, jeder, der jetzt eingestellt ist, muss sich damit abfinden, dass er eben Lösung Nummer 2, 3, 4, 5 einfach nur ist und sich dementsprechend auch mit Vorbehalten gegenüber den Fans auseinandersetzen. Peter Knebel, der würde das einfach machen, der würde, glaube ich, nicht großartig darüber nachdenken. Und Oliver Runard, naja gut, wenn er das nötige Selbstbewusstsein hat, sich da reinzusetzen. Und, ich wiederhole nochmal, die Fans werden, glaube ich, einen Oliver Runard auch wirklich unterstützen. Ja, bei den beiden könnte das auf jeden Fall klappen. Aber, ein Runard, ich wiederhole, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil er den Vertrag gerade bei Union Berlin noch verlängert hat. Und Union Berlin, da hat er die nächsten Jahre einen deutlich ruhigeren Job als das, was ihn jetzt auf Schalke erwartet. Darf natürlich nicht das einzige Kriterium für den Menschen sein, aber gut, wir kennen Oliver Runard nicht, zumindest nicht so intensiv. Ja, da wissen wir nicht, wie er seine Prioritäten setzt. Okay, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne den Kanal abonnieren und damit sage ich Glück auf, haut rein und wir sehen uns. Bis dahin, ciao. , ciao. Vielen Dank.